Es ist eine Gemeinschaft und wir verstehen uns eigentlich alle gut. Wir lernen zwar nicht so viel mit die Bomben, aber wir mögen uns trotzdem alle viel und auch wenn man einen nicht so gerne mögen mag, tun wir heute den Streit nur so und die Lehrer sind eigentlich auch alle ganz nett, wir machen Ausflüge und so auch, wie wir eigentlich.